Okay, genau, ich werde heute ein bisschen über die Entstehung der Arbeiterbewegung in Russland im 19. Jahrhundert reden. Warum? Ich möchte gerne, es wird sich im Sommer nicht mehr ausgehen, aber ich möchte gerne in einem folgenden Referat bzw. in folgenden Referaten so ein bisschen die unterschiedlichen Herangehensweisen von unterschiedlichen Organisationen, unterschiedlichen Parteien in den Revolutionen von 1905 und 1917 in Russland darstellen und auch erklären, woher die irgendwie kommen und um aber zu verstehen, warum es überhaupt unterschiedliche Organisationen gibt, warum die unterschiedliche Herangehensweisen eben an die Politik in der Arbeiterklasse haben, fange ich eben heute mal an mit der Entstehung überhaupt, also den Anfängen der Arbeiterbewegung in Russland, beginnend mit ungefähr 1860 und werde aufhören mit dem Gründungsparteitag sozusagen 1898 der RSDLP, also der russischen sozialdemokratischen Labour Party. Genau. Gut, mal irgendwie um ein Setting zu machen oder überhaupt so um die Grundlage oder die Grundvoraussetzungen mal zu verstehen, die es in Russland zu dem Zeitpunkt gegeben hat. So im Ende des 19. Jahrhunderts ist also in Russland herrscht ein absolutistischer Zar, Alexander II. Es gibt maßenhaft Bauern, kapitalistische Produktionsweise ist so gut wie nicht existent, es gibt keine nationale Bourgeoisie. Wir befinden uns in einem extrem rückschrittlichen Land, das also vor allem auf feudale Strukturen hier aufbaut. Und was aber zu diesem Zeitpunkt sehr wohl passiert, dass extrem viel Kapitalexport aus weiterentwickelten kapitalistischen Ländern passiert, vor allem aus, also nach Russland passiert, vor allem aus den Ländern, also aus England zum Beispiel, aus Frankreich und vor allem auch aus Deutschland. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ungefähr um 1860 beginnt also eine, sozusagen die Entstehung des Kapitalismus in Russland, aber anders als wir das aus anderen kapitalistischen Ländern kennen, nicht mit einem gleichzeitigen Wachstum von nationaler Bourgeoisie, der diese Produktion auch gehören würden und die sich dann halt den Profit dort erarbeitet wird, auch aneignen könnten. Diese nationale Bourgeoisie gibt es nicht in Russland zu dem Zeitpunkt, sondern eben andere imperialistische Länder verfrachten dorthin ihr Kapital, produzieren dort und nehmen aber, keine Ahnung, die Profite bleiben nicht im Land und es entsteht eben diese nationale Bourgeoisie nicht. Gleichzeitig zerfällt aber halt irgendwie das zaristische System nach und nach, ist halt grundsätzlich schon recht instabil, hat irgendwie, es gibt schon Bauernaufstände regelmäßig einer, also die größten irgendwie finden so 1861 oder so statt, wo es halt wirklich einfach zu Revolten am Land kommt von den Bauern, die halt irgendwie fordern, dass das Land ihnen gehört und dass sie irgendwie damit wirtschaften können und dass das nicht halt irgendeinem adeligen, feudalen Herrn sozusagen gehört, der ihnen halt fortschreibt, was sie machen sollen, sondern dass sie eben selber über ihr Land bestimmen können und man erkennt irgendwie recht gut, wie schlecht es schon zu dem Zeitpunkt irgendwie um das Zahnreich steht, unter anderem daran, dass Alexander II. lässt dann sogar eine Reform irgendwie zu und zwar die Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern, das heißt sie gelten jetzt eigentlich als freie Menschen. Im Endeffekt bedeutet das aber für die Bauern absolut keine Verbesserungen, weil die Bedingungen, die mit dieser Freiheit kommen, für sie einfach wirtschaftlich gesehen enorme Verschlechterungen mit her ertragen und sie haben viel höhere Steuern zu zahlen, als sie es davor hatten, müssen sich noch dazu um ihr eigenes Land kümmern, stehen also jetzt irgendwie noch mehr in Konkurrenz mit anderen Bauern, also im Endeffekt hat das irgendwie in der wirtschaftlichen Lage nichts geändert. Und es gibt also in diesem Land extreme Unruhen und extreme Unzufriedenheiten, die aber irgendwie keinen Ausdruck finden können. Es gibt keine Organisation, es gibt keine Klasse, die diesem Unmut irgendwie Ausdruck verleihen könnte oder die auch dem System einen Kampf ansagen könnte. Genau, also so mal irgendwie das Setting, in dem wir uns befinden. Was es aber schon gibt, ist irgendwie in den einzelnen Großstädten, z.B. in St. Petersburg, beginnt sich so eine Intelligenz ja irgendwie aus ein bisschen aus Wohlhaberinnen, vor allem Studierenden herauszuentwickeln, die also irgendwie diese Bewegungen, die gerade in England, in Frankfurt passieren, mit 1848 und den ganzen Hype sozusagen, der irgendwie um Marx und um Engels herum passiert, Studierendenaufstände und so weiter und so fort, die bekommen das irgendwie mit und finden das halt irgendwie super cool und eigentlich, hey, keine Ahnung, diese Forderungen, die wir stellen, die finden wir voll sinnvoll, das brauchen wir bei uns eigentlich auch. Haben aber irgendwie keine Klasse, also keine Ahnung, es gibt diese Arbeiterklasse, die es da gibt, die da irgendwie in Frankreich und so gerade auf die Baritaden steigt, die gibt es halt so in der Form in Russland nicht zu dem Zeitpunkt. Und diese Studierenden, die da sich jetzt eben mit Marx beschäftigt haben und das irgendwie voll cool finden, sagen so, okay, die Theorien, die Marx aufstellt, sind zwar irgendwie super live und seine Perspektiven unterstützen wir auch, aber der Weg, den er irgendwie vorschlägt, halt durch das Proletariat, durch eine proletarische Revolution zum Sozialismus zu kommen, das können wir halt in Russland de facto nicht tun. Es gibt keine so große Arbeiterklasse in Russland, dass die irgendwie da große, eine gesellschaftliche Revolution vom Zaun brechen könnte. Also akzeptiert man Marx oder schätzt Marx zwar als Ökonomen und als Theoretiker, aber sagt halt, für Russland brauchen wir einen anderen Weg. Und da kommt irgendwie, also ein ganz relevanter Theoretiker ist zu dem Zeitpunkt Fakunen, der dann irgendwie meint, ja, okay, wir nehmen irgendwie die revolutionären Teile von Marx und Engels und münzen sie auf das ziristische Russland um und gehen also zu den Bauern und verwenden, also erkennen sozusagen das Bauern-Tum als revolutionäres Subjekt und über diese Bauern-Gemeinden sozusagen, die damals mir, also sie werden mir genannt. Wir wollen also in den, in diesen Bauern-Dörfern Strukturen schaffen, die dann irgendwie einem, einem nationalen Sozialismus gleichen. Das heißt, wir machen, wir gehen eben nicht über das Proletariat, sondern wir gehen eben über die Bauern, weil in Russland das halt nicht anders möglich ist. Es entsteht dann, also es entsteht so eine Organisation sozusagen, nennt sich die Narudniki und besonders an der unteren Wolga strömend, aber halt in anderen Gebieten Russlands auch strömend. Also Studierende in die Dörfer verkleiden sich als Bauern, gehen zu den Bauern hin und versuchen ihnen zu erklären, warum, also wie man sich organisieren muss, was Sozialismus ist, warum man da bekämpfen muss und schaffen es aber nicht irgendwie an der Realität dieser Bauern anzusetzen, schaffen es nicht ihre, also ihre Theorien dort hinzubringen auf eine Art und Weise, die, ähm, die halt für die Bauern sinnvoll wäre und also werden dort de facto tatsächlich von, 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 ähm, von den Dorfbewohnern verprügelt teilweise, ähm, weil sie sagen, keine Ahnung, da kommt und irgendein Typ aus der Stadt verkleidet sich noch dazu als einer von uns sozusagen und erklärt uns dann eben, wie groß wie die Welt funktioniert, so, ähm, also werden entweder verprügelt oder auch an den, an den Zahn ausgeliefert oder halt uns das, ähm, ja halt verraten einfach, äh, und innerhalb kürzester Zeit geht also diese Intelligenz ja wieder zurück in die Städte und ist ein bisschen frustriert und weiß nicht so genau, was sie machen soll, ähm, und haben halt irgendwie keinen, ähm, haben halt irgendwie kein klares Programm, wie sie, wie sie jetzt irgendwie weiter tun sollen, weil, ähm, ja, genau, also ihr, genau, es ist halt irgendwie kein, kein Ort anscheinend da, mit dem, an den sie sich irgendwie wenden könnten. Und was jetzt eben zur Arbeiterklasse, die langsam passiert, weil, wie gesagt, irgendwie, es gibt zwar keine nationale Bouchousie, die sozusagen natürlich unter Anführungszeichen entstehen würde, ähm, aber es gibt halt irgendwie schon, gerade in den Großstädten, immer mehr, ähm, Formen der kapitalistischen Produktionsweise, einfach aufgrund dieser Kapitalexporte aus anderen Ländern, ähm, aus weiterentwickelten Ländern, das heißt, es entsteht, es fangt an, eine Arbeiterklasse vor allem in den Großstädten halt zu entstehen, und die wird aber halt einfach nur als Anhängsel sozusagen der Bauernrevolution gesehen. Also diese, diese Arbeiter, die dort sind, die sind halt eindeutig aufgrund ihrer, ähm, mangelnden Größe und Stärke, ähm, nicht revolutionäres Subjekt und, ähm, sind halt sozusagen nur ein Anhängsel, die halt bei der Revolution hilfreich sein könnten. So die Theorie, ähm, der Naruto-Niki irgendwie. Gut, ähm, jetzt ist es aber so, dass diese revolutionären Ideen, die die, ähm, vor allem Studierenden halt versucht haben, zuerst an die Bauern zu bringen, bei den Arbeiter dann auf einmal extrem fruchten. Und diese Ideen, ähm, stoßen dort einfach wirklich auf sehr fruchtbaren Boden. Es, es gibt so einzelne Lesekreise, so in St. Petersburg zum Beispiel gibt's, gibt's so Lesekreise und irgendwie so Mini-Organisationen oder halt so eine Organisation von drei, vier Leuten vielleicht, ähm, und, also man merkt irgendwie, okay, das funktioniert aus irgendwelchen, uns nicht ganz erfindlichen Gründen, ähm, bei den Arbeitern besser. Ähm, und dann sagt man, okay, gut, ihr seid urmotivierte Leute, geht in die Dörfer, versucht den Bauern das zu erklären, warum das irgendwie ultra geil ist und läuft in die Dörfer zurück und es passiert irgendwie dasselbe wie vorher. Die Bauern haben kein Interesse irgendwie an einer, ähm, also an einer, ähm, an einer sozialistischen Machtübernahme und sagen halt, oh, dann, mich interessiert das nicht und in binnenkürzester Zeit sind irgendwie wieder alle, also ist wieder alles auf Anfang und, ähm, es stellt sich jetzt also ernsthaft die Frage, okay, ähm, warum funktioniert da irgendwas nicht? Und, ähm, voll, sehr lustig, ähm, Nikolaj Tchaikovsky, den man vielleicht eher als, ähm, Komponisten kennt, ähm, ist, ist Teil einer der ersten Propagandazirkel, die es eben in St. Petersburg gibt, ähm, ähm, und das sind eine der ersten Organisationen, die sich theoretisch, ähm, mit der sogenannten Arbeiterfrage auseinandersetzen, also, ähm, die sich halt irgendwie die Frage stellen, warum, warum funktioniert das auf der einen Seite schon und auf der anderen Seite nicht, ähm, und langsam bemerkt man halt, okay, diese revolutionären Ideen verbreiten sich ja irgendwie unter den Arbeitern verhältnismäßig schnell und man ist also eigentlich gezwungen, als ein Arudniki, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, aber es wird, ähm, keine Antwort darauf gegeben, ähm, ähm, im großen Stil und wahrscheinlich einfach deswegen, weil, wenn die Antwort lautet, weil das Proletariat einfach einen revolutionären, also einen revolutionären Distinkt hat, das gibt es vor und nicht, das vielleicht wollen wir später irgendwie noch genauer auf die Frage eingehen, ähm, 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 warum dem so ist, aber, ähm, diese Frage wird einfach nicht beantwortet, weil, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, das ist irgendwie, also aus ihrer Sicht würde das halt bedeuten, man müsste jetzt mal warten, bis Kapitalismus voll etabliert ist und dann könnte man jetzt Revolution machen. Also das ist irgendwie so die Grund, also das ist halt die Vorstellung, die sie irgendwie von Marx' Idee haben und auf das Leute sich halt eben nicht einlassen. Das heißt, mit dieser Frage der Arbeit, da setzt man sich irgendwie noch immer nicht so auseinander. Ähm, in den 70er Jahren, ähm, 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 gibt es ein bisschen, ähm, wirtschaftliche Unruhen und, ähm, gerade in den, ähm, ähm, also es gibt einen, ähm, also es gibt einen, es gibt einen, in 1877, 1878 gibt es einen großen, recht großen Boom in der, in der Ökonomie, ähm, und das bedeutet irgendwie für die, für die großen, ähm, für die Großstädte und für das Kapital, dass es einen rechten Wirtschaftsaufschulung gibt. Gleichzeitig bedeutet es aber auch für die kleinere Gegenden in den Dörfern, dass das Leben ein bisschen unerträglicher wird, ähm, es kommt, es kommt auch dazu, dass es irgendwie Naturkatastrophen gibt und so, also das Leben am, am Land ist irgendwie recht furchtbar und es kommen immer mehr Bauern in die Städte, möchten in großen, halt in der Industrie irgendwie arbeiten, wo sie es halt vielleicht doch schaffen, ähm, ihr Brötchen zu verdienen. Ähm, genau, und es beginnt also eine recht große Industrialisierung in den 70ern, 1870ern, ähm, und man merkt irgendwie, die, die, das Klassengewusstsein in der Arbeiterklasse steigt zu diesem Zeitpunkt halt enorm an, also steigt einfach enorm an und es beginnen sogar sich so einzelne, ähm, Unions zu gründen, also, ähm, Gewerkschaften zu gründen, ähm, zum Beispiel, ähm, im Süden und im Norden stehen halt unterschiedliche Gewerkschaften, die sogar nicht nur in einem Betrieb, sondern halt überbetriebs-, überbetrieblich funktionieren, ähm, und das Motto dieser Betriebs-, ähm, dieser Gewerkschaften ist also, ähm, dass die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter halt irgendwie nur dann erfüllt werden können oder halt beachtet werden können, wenn es irgendwie eine gewaltsame Revolution gibt, ähm, die jegliche Privilegien und Ungleichheiten, ähm, zerstört, ähm, also diese Revolution eben, ja, hat, hat die Macht, oder hat irgendwie, also schafft es also jegliche Ungleichheit und jegliches Privileg zu zerstören, ähm, und gleichzeitig die gesellschaftliche Arbeit als Ursprung, ähm, für privates und Gesellschaft, also für privaten und gesellschaftlichen Reichtum zu verwenden. Also eigentlich schon ein rechtssozialistisches Programm. Ähm, diese Gewerkschaften sind irgendwie voll beliebt, ähm, und erhalten viel Unterstützung, Unterstützung und werden gerne gehört und, ähm, für das Zahnreich, äh, ist das halt irgendwie ein besonderer Dorn im Auge. Und es wird alles dafür getan, dass sie irgendwie nicht länger existieren und nicht größer werden. Und sie werden also wirklich gewaltsam einfach regelmäßig, ähm, mit Durchsuchungen und, 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 und Hängungen und ich weiß nicht, also diese, ähm, die Gewerkschaften werden einfach wirklich regelrecht gestört. Ähm, und es passiert aber, dass die, obwohl, obwohl es irgendwie permanent fruchtbare Zustände in diesem Land gibt, ähm, und, also, wenn man, wenn man so ein bisschen Biografien von irgendwelchen Arotniki liest, schreiben halt keine Ahnung. Es ist normal, dass in den Großstädten jeden Tag Leute gehängt werden und das, was halt am Hauptplatz irgendwie passiert und dass das jeder weiß, es ist irgendwie gang und gäbe. Und obwohl es irgendwie so eine repressive Stimmung im Moment gibt, ähm, ist dann 1877 und 8, äh, 76, ach, oh Gott, oh Gott, Zahlen, 1876 eine Riesendemonstration in St. Petersburg, die angeführt wird von Flechenau. Von diesem Namen kann man sich merken, der also auch unter dem, ich werde noch ein bisschen zurückkommen, der also auch unter den Fahnen der Narotniki läuft und, ähm, diese gesamte Demo, diese ganze Demonstration läuft also unter dem Banner, ähm, Land und Freiheit. Das heißt, es ist noch immer eine Forderung, die sich irgendwie auf die Bauern konzentriert. Einerseits, indem sie halt Land für die Bauern, für die Selbstorganisation der Bauern irgendwie fordert und auf der anderen Seite aber halt auch politische Freiheit und schon mit dem Song, ähm, lang lebe die sozialistische Revolution auf die Straßen geht. Und dieser Flechenau, ähm, hat es also geschafft, auf einmal, nach hunderttausend Niederschlägen und nach hunderttausend Enttäuschungen, wo man in die Dörfer gegangen ist und versucht hat, da irgendjemanden davon zu überzeugen, schafft es dieser Flechenau auf einmal, hunderte Leute auf die Straße zu kriegen und gemeinsam auf eine Demo zu laufen. Und er ist einer der ersten, den er kennt, okay, ähm, und er ist zufällig stationiert sozusagen, also er arbeitet zufällig, ähm, in einer, in einer Stadt, ähm, eben in St. Petersburg und und zufällig kommt er halt dort in Kontakt mit Arbeitern, die irgendwie diese, diese Demonstration dann auch auf die Beine stellen. Und es wird also immer offensichtlicher, die Leute, die ernsthaft progressive Forderungen stellen und die auch organisieren können und die auch gemeinsam auf die Straße gehen können, da scheinen irgendwie halt die Arbeiter in den Städten zu sein und weniger das Dauertum, das halt irgendwie am Land sehr verstreut, sehr vereinzelt irgendwie halt, ähm, ihr Dasein fristet, so. Genau, also in dieser Zeit, ähm, bis 1980, äh, bis 1880, ähm, gibt es dann alle möglichen Streiks, es fangen, ähm, also es gibt alle möglichen Demos, es gibt auch einzelne Streiks in einzelnen, ähm, in einzelnen Betrieben, vor allem bei den Textilarbeitern und Play Enough ist also zu dem Zeitpunkt ein, 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 einer der führenden, ähm, einer der führenden, ähm, einer der führenden Leute in diesen Arbeiten der Organisationen. Und, ähm, ähm, in Folge dessen, ähm, gibt es innerhalb dieser Narudniki, die noch immer die, also zu dem Zeitpunkt eigentlich noch immer die einzige Organisation sind, ähm, ähm, gibt es irgendwie Auflösungstendenzen, beziehungsweise entstehen dann zu dem Zeitpunkt unterschiedliche Organisationen. Es gibt Spaltungen und es entstehen unterschiedliche Organisationen mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, ähm, und zwar einerseits zum Beispiel, ähm, die, ähm, die, ähm, auf friedliche Propaganda in den Dörfern setzt, die, ähm, also wenn man sich das dann historisch anschaut, äh, in den Jahren 1905 und 1917, dann schlussendlich zu liberalen Reformisten werden, darauf werde ich aber eben in meinem zweiten Referat ein bisschen näher eingehen, Dann gibt es noch die Narudnaya Volia, ähm, die die Freiheit der Bauern fordert und die eben eher auf, ähm, auf die Propaganda der Tat setzen, wie sie es selber nennen. Ähm, das ist eine Geheimorganisation, die extrem straff organisiert ist und die halt eigentlich eine Terrorgruppe ist und die dann auch halt so individual-terroristische, ähm, Anschläge auf Beamten, auf Polizisten, im Endeffekt auch auf den, ähm, sah Alexander II. verübt und versucht eben so das System zu schwächen, ähm, und dann gibt es aber auch noch eine Organisation, die sich nennt Czerni Paredl, oder wie auch immer man sie ausspricht, ähm, das viel bedeutet die, ähm, schwarze Neuaufteilung, ähm, und dieser Gruppe, diese Gruppe ist zwar noch immer davon überzeugt, dass es eine Revolution gibt, ähm, oder geben muss, ähm, die vom Land her kommt und ist zwar ein bisschen isoliert, aber in dieser Gruppe bleibt irgendwie Plechenov und sagt und versucht in dieser Gruppe, ähm, den Diskurs oder halt den Fokus der gesamten Arbeit weg von der Bauernschaft und hin zu den Arbeitern und Arbeiterinnen, ähm, zu orientieren, muss dann aber selber 1818 in Exil gehen mit einigen anderen, ähm, und als es dann, ähm, ein Jahr später zur Ermordung des Zahn Alexander II. eben kommt, durch einen, durch einzelne Terroristen, eben dieser, ähm, Narodnaya Volia, ähm, gehen also so gut, also, ähm, gehen die meisten Organisationen, oder die meisten Menschen, die, ähm, organisiert sind, ähm, müssen entweder in den Untergrund gehen oder sie werden, oder sie sterben oder, ähm, sie gehen ins Exil oder wie auch immer. Ähm, ähm, und zum Beispiel, na, Narodnaya zerfällt einfach de facto vollständig, sie ist, ähm, danach nicht mehr existent, aber auch irgendwie total liberale und, ähm, reformistische Gruppen, ähm, sind zu dem Zeitpunkt extrem gefährdet und es entstehen eigentlich lauter Untergrundbewegungen. Und Plechenov, der zu diesem Zeitpunkt eben auch ins Exil, im Exil ist, ähm, ähm, tritt dann in Kontakt mit deutschen, französischen Marxisten, ähm, ist irgendwie auch in regen Kontakt mit Marx und Engels, und, ähm, ähm, er beschließt dann irgendwie, okay, ähm, er bricht irgendwie, er bricht irgendwie ganz, ähm, mit diesen Organisationen, mit allen anderen Organisationen, versucht, aus dem Exil heraus, ähm, marxistische Theorien, ähm, zu verbreiten, ähm, und schreibt auch, ähm, schreibt auch, ähm, schreibt auch einige sehr interessante Schriften, wie zum Beispiel Socialism and the Political Struggle, den schreibt er zu dem Zeitpunkt, oder auch Our Difference, also in Our Difference geht es irgendwie genau darum, wie er mit der, ähm, wie er mit der Narodniki bricht, und was irgendwie der Unterschied zwischen, also zwischen so einer anarchistischen, ähm, und individual-terroristischen Organisationen und einer ernsthaft-nazistischen Organisation ist. Also, wenn man Interesse daran hat, dann, glaube ich, sehr empfehlenswertes Buch. Und im September 1981, ähm, werden dann, also wird dann also die Group for the Emancipation of Labour gegründet, von fünf Mitgliedern, die alle im Exil sitzen, nämlich von Blechenov, von Axelroth, von Zasulitsch, Deutsch und Ignethoff. Einer von ihnen, Ignethoff, stirbt kurze Zeit später, der nächste sitzt kurze Zeit später im Gefängnis, das heißt, ihre Stärke und ihre Einfluss, ähm, also ihr Einfluss hält sich verhältnismäßig in Grenzen, ähm, und trotzdem, obwohl sie irgendwie so eine kleine Gruppe sind, bekommen sie gerade unter den Arbeitern halt in den Großstädten, erheblich mehr Einfluss als alle Organisationen, das es davor jemals geschafft haben. Es werden in Schulen und in Betrieben, werden, ähm, also nein, in Betrieben werden Schulen eingerichtet, wo man dann gemeinsam Texte von zum Beispiel Blechenov oder von Marx liest. Es gibt, ähm, es gibt, ähm, Lesekreise, ähm, und es entstehen also langsam wirklich so ernsthafte Arbeitskader-Organisationen, die sich mit noxistischer Theorie auseinandersetzen, ähm, ähm, und, ähm, eben erkennen, dass die Revolutionären, dass der revolutionäre Teil der Gesellschaft, ähm, auch in Russland, ähm, das Proletariat ist. Es treten dann alle möglichen Gruppen auf, also es entstehen in unterschiedlichen Gebieten oder in unterschiedlichen Städten halt solche Gruppen, ähm, und sie haben aber irgendwie keinen gemeinsamen, nein, also sie funktionieren halt irgendwie alle nicht gemeinsam, sie sind nicht gemeinschaftlich organisiert, äh, äh, und eine große Hungersnot in Ende der, also Anfang der 90er Jahre, ähm, ähm, führt dann dazu, dass es massenhafte Streiks gibt, also einfach unzählige Streiks in unzähligen, ähm, Betrieben und in unterschiedlichsten Branchen, ähm, und das ist irgendwie so der Aufhänger, an dem sich dann eben diese Marxisten, ähm, also den sich diese Marxisten nehmen und versuchen, über diese Streiks, also überall stattfinden, einen gemeinsamen Nenner zu finden für alle diese Gruppen, die da entstanden sind. Und es wird interessanterweise zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Kleinbürgerlichen und Liberalen und, ähm, allen möglichen anderen, ähm, Gruppierungen werden gemeinsam Streiks organisiert und innerhalb dieser Streiks gibt es halt irgendwie harte ideologische Kämpfe, die sagen, okay, wir kämpfen alle dafür, dass irgendwie unser Leben, ähm, ähm, nicht zerstört wird, irgendwie durch ein total parasitäres System, ähm, ähm, des Zahntums, aber wir streiken zwar irgendwie gemeinsam, aber wir marschieren ganz klar von, also wir, ähm, halt hintereinander oder unter unterschiedlichen Fahnen und wir sind ganz klar voneinander zu erkennen und, ähm, die Marxisten haben also mit Kleinbürgerlichen kein Interesse gemeinsam, ähm, unter einer Fahne zu laufen. Also dieser politische Kampf wird trotzdem noch immer geführt, obwohl es irgendwie ein gemeinsames, ein gemeinsames Ziel gibt und auch eine gemeinsame Herangehensweise. Und das ist irgendwie auch der Zeitpunkt, wo diese kleinen Lesekreise und diese kleinen Kleinstorganisationen anfangen, irgendwie ernsthaft Einfluss auf die Massen zu bekommen, ähm, wo sie dann eben anfangen, nicht mehr so nur Kaderorganisationen zu sein, die sich halt irgendwie auch extrem theoretisch mit den Dingen auseinandersetzen, sondern wo sie halt wirklich anfangen zu, ähm, also maßenwirksam zu werden, mit Forderungen wie dem Acht-Stunden-Tag, interessant, dass man das irgendwie gerade heute wieder bespricht, ähm, oder dass zum Beispiel die Kinderarbeit, ähm, verboten wird in Russland. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt gibt es ja, also ist dann irgendwie auch Lenin einer, also tritt Lenin irgendwie auch auf die Spielfläche, ähm, und, äh, Lenins Versuch, die konkrete Situation der Arbeiter und Arbeiterinnen mit marxistischer Theorie zu verbinden, ähm, stößt halt auf extrem fruchtbaren Boden zu diesem Zeitpunkt. Und, ähm, also man kann dann irgendwie sagen, zu dem Zeitpunkt ist es ganz klar, dass diese ehemalig studentische, ähm, auf die Bauern gerichtete Organisationsarbeit ihren Charakter von Null auf, also halt einfach zu 100% geändert hat und halt wirklich eine Arbeiterorganisation, eine Arbeiterbewegung geworden ist, die halt auch zu 100% auf Arbeiter fokussiert und orientiert. Und es dauert dann zwar noch ein paar Jahre, aber, ähm, 1898, ähm, wird dann also tatsächlich die, ähm, die diese unterschiedlichen Lesekreise, diese unterschiedlichen Streik, ähm, Posten sozusagen, ähm, diese unterschiedlichen Kleinstorganisationen in einzelnen Betrieben, ähm, setzen sich irgendwie zusammen und gründen eben gemeinsam diese Partei, dass alles auch unter extrem widrigen Zuständen, also alles ist noch immer total geheim und wenn da irgendwas groß rauskommt, dann, das, also, man muss extrem drauf schauen, dass auch zu dem Zeitpunkt noch, ähm, nichts, so gut wie nichts irgendwie ans Zahnsystem kommt, aber das ist irgendwie so der Zeitpunkt, wo, ähm, wo ganz klar ist, okay, ähm, diese revolutionäre, also unsere revolutionäre Kraft liegt irgendwie bei den Arbeitern und Arbeiterinnen und es dauert dann noch in etwa sieben Jahre bis zur ersten Revolution 1905, ähm, und auch da gibt es irgendwie noch immer unterschiedliche Tendenzen und bis zu 1917 wird sich irgendwie dieser Kampf halt weiterführen und man kann also irgendwie, ähm, man kann irgendwie ganz klar sagen, ähm, dass der Marxismus, ähm, also die Entstehung des Marxismus und die Entstehung einer marxistischen Arbeiterbewegung, ist in Russland ganz klar ein, ein harter ideologischer Kampf gegen individualterroristische Kleinstgruppen, ähm, genau, also, es ist einfach wirklich ein, ein harter ideologischer Kampf irgendwie gegen jegliche Terrorismustheorie gewesen, die eine Zeit lang halt extrem beliebt war, weil sie halt irgendwie den Mut, unmutermaßen ausgedrückt hat, ähm, und dieser unbarmherzige Kampf, der dann irgendwie im Exil in der Schweiz angefangen hat, ähm, hat dann aber halt letztendlich doch dazu geführt, dass es eine, ähm, marxistische, dass es ein marxistisches Programm auch in Russland gab, und genau, dafür würde ich gern das erste Mal Danke. Applaus 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 Applaus